Guten Morgen, guten Mittag, gut auch. Einen schönen Abend. Ja, wir zocken heute wieder Fortnite, wie immer. Was geht's? Ich bin auch am Start, was geht? Die Lada zockt so eine Stunde, eine Stunde so ungefähr und danach komm ich auch noch mit rein. Heute, die erste Hälfte des Streams, bin ich im Tarn-Modus. Viel Spaß dir. Ich muss hier an meinem Koffer arbeiten. Ich muss hier irgendwas auf YouTube Musik machen oder irgendwas. Viel Spaß. Hey, falls was ist, sag Bescheid. Alter, ist der Stuhl kalt! ... ... ... ... Geh! ja, ihr seht schon mal, Leute, wir haben Wolverine nach ner Ewigkeit. Es hat so lange gedauert, sag ich euch. Nach dem Stream, ähm, letzten Samstag, glaub ich, nach dem Stream hat Össian Pao, äh, hat Faro Pao Runden gespielt und dann haben wir, er hatte ihn englisch gesiegt, äh, besiegt ihn nur wegen dem Sturm, sonst hätte er ihn nicht zurück, äh, geschah. Ah, boah, mit diesem Joystick. Ich schwör euch, wenn die Haut doppelt so hart. Äh, alles okay mit dir, oder? Brauchst du einen Arzt? Okay. Okay, er braucht einen Arzt. Oder ehrenhaft? Äh, nicht ehrenhaft, ich will eine... Beste? Ich zeig euch hier die beste Taktik, die macht immer so. Ach, ihr guckt, wer da ist, wenn ihr macht ist, dann... Rein in die Schlacht. Ihr ba... Össian. Bissau. Bissau. Wo ist die Färbedingung? Wo ist die Färbedingung? Okay, ist genug drauf. Ich brauche eine schöne Pappi. Diese Papp fehlt mir so. Pappi. Pappi. Oh, 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 oh. Ich will eine Pappi. Oh, 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 oh. Und keine Scheiße. Oh, diese, 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 diese Combo gefällt mir schon, diese mehr. Aber nicht ganz so gut. Aber nicht ganz so gut. Aber nicht ganz so gut. Das geht. Zum Spielen geht es eigentlich nicht. Приzurem. Das geht es eigentlich nicht. Halleluja. Viel Glück, dass ich jetzt... Huuuuche, Schnicki, wie gehts? Wos machst du hier noch zu spät? Und er war schon mal so, wenn er noch... Ich weiß nicht, wie es das wird. Schuhschnecke, ich bin am Arsch. Was machst du denn das? Oh, Schuhschnecke. Schuhschnecke. Schuhschnecke, wie geht's? Sogan. I like boys. All Mann, Sie finden sich dafür ganz wichtig, dass ich dich fühle. Wie ich meine Droga zu zerstören? Nachcking der umge統. es gibt wieder Geschenke, Leute, wisst ihr auch schon nennen, das habe ich schon angedeutet. Es gibt Geschenkel. 4. 7. 10. 10. 12. 15. 16. 20. 21. 22. ich auch mal die auch schmierst aus Gehen. Oh! In... Verkehrszeichen! Die Zellbohnen kommen, Digga. Ich bin durch die Stadt. Wir können jetzt da... Es ist ein Geist. Es ist ein Geist. Es ist ein Geist. Oh, Dorn, Baby. Ich bin durch. Das ist ein Geist. So toll, Glücklich. So toll, Glücklich. Mach das nicht ab. Ja, danke schön. Gib ihm doch. Ich versuche noch mal, ich habe keinen Metkett. Das ist sehr blöd. Mach doch mal, Muckis. Mach doch mal, Muckis. Was? Fast geschafft! Nicht. Ja, das ist richtig. Bissi! Guck mal was ich überhaupt nicht gehandelt hab! Maschallah! Maschallah! Oh, ich habe einen 6-pack Easter. Oh, nein! Bissi! 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 Bissi Ja, ist das ein Alarme? Da ist ein freiskeuter Alarme! Ich schlafe das noch locker. Ein freiskeuter Alarme. Wir sehen, guck mal! Ich hab mir vorher Lama gefunden! Wow! Wir sehen uns beim nächsten Mal! 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 So, ich will gleich raus! Oh, wenigstens etwas! We sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Okay. Mahlzeit, ich bin fast am sterben, ich weiß, Leute. Schön. Oh, mein Gott, es ist gerade mein Erweiter. Oh, mein Gott, es ist mir klar. Bist du mich jetzt verraschen?! Ich schwöre, ich bin so hart am sterben, so hart. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte mich verarschen! Wunderbiller, ich wollte mich verarschen. Ich schwöre, ich bin so hart. Ich schwöre, ich bin so hart. Wissin, wir kriegen den Sohn. Wissin, 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 wissin. Willst du nicht den Sohn? Ja, 121 EP, wow, sehr viel. Ich kann, ich kann, ja, ich hab... Ja, oh nein, ich bin der große Idiot. Schütze. Vielen Dank. Oh, meine F***ing Ungroßvater, ich flippe aus. Oh, meine F***ing Ungroßvater, ich flippe aus, ich flippe aus, ich flippe aus, ich flippe aus. Oh, meine F***ing Ungroßvater, ich flippe aus, ich flippe aus, ich flippe aus. Oh, meine F***ing Ungroßvater, ich flippe aus, ich flippe aus, ich flippe aus, ich flippe aus. Ich flippe aus, 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 ich flippe aus. Ich flippe aus, 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 ich flippe aus. Ja! Digga! Wenn du da runter fliegst... Nein! Tönt ihn in Gold! Egal, aber trotzdem gut! Oh mein Gott! Egal, nächste Runde! Ich weiß nicht, Minbo, Digga, Beste! Pfff! Ich weiß nicht, die Almen kostet in den Bett! Ich weiß nicht, die Almen... Ich weiß nicht, die Almen... Ich weiß nicht, die Almen... Alles gezeichnet! Mach Spaß! Ich weiß nicht... Oh, keine Almen! Nein! Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, der da hier oben ist. Das ist ja das. Aber wäre trotzdem gut. Nächster Tipp. Überleg ich mir. Ich muss doch kurz gucken, ob ich noch... Ja, ich gehe eh gleich jetzt hier. Aber ich hatte... Ich schwöre es nicht, ich hatte so Glück, dass ich Zweiter geworden bin. Dankeschön. Aber warte. Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Mahlzeit. Hey. Wer wurde denn ein anderes ganz hier? Oh my gosh. Oh my gosh. Andy pistil attack it. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß. Warum er auf dir? Ich wusste ja nicht, ob er da oben... Oh Gott, er stück uns gepreist hat. Boah. Boah, Digga. Oh Gott. Wart hat... Ich schwöre, ich bin an, ich darf doch ganz schön... Aber ich wusste ja nicht, dass er da ist. Hättest du ihn mehr am Anfang an? Hättest du ihn mehr auch... Egal. Tschö! Komm raus. Tschö! Sind die dumm? Kann ich die kaputt machen? Warte. Ich bin nicht mehr... Wir sind so gut. Schöne Bäume. Das ist so schön. Die schönsten Bäume auf der ganzen Welt. Die schönsten Bäume auf der ganzen Welt. Die schönsten Bäume auf der ganzen Welt. Die schönsten Bäume auf der Welt. Es ist einfach nur schön. Oh, oh, oh. Das trau ich mich ab hier schon auch. Hüsey! Wieso? Ja, egal. Ähm, ist ja eben schon. Hüsey! Weißt du, was mich das erinnert? Den Film! Ja. Die haben doch auch so ein Haus. Ja. Oh, ist da auch ein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Hier. Kleine Waschbecken, aber auch schön. Kommt es fein oder war? Oh, 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 ja, ja. Und die mir ist abgesagt, weil ich keine Bock auf auf dieses Scheiß-Milling! Dieses Kinderzimmer. Oh, oh. Die haben so. Schau. Schau. Hoi, D.B. Nicht überlebt, das ist nicht von mir. Ich meine, ich werde jetzt schnell schwimmen. Oh, gut, sogar zu einem gut, sehr, sehr gut retten. Ich werde jetzt schon mal machen. Gibi! Gibi! Ich werde jetzt schon mal machen. Irgendwo. Ich werde jetzt hier. Oh, no. Ich werde jetzt noch mal machen. Ich mache diese Spur und die Einung. Ich mache diese Leute, ich stelle dir. Ich schaff's nicht mehr. Du bist am Arsch. Ich weiß, ich schaff's nicht mehr. Es gibt einen Trick. Es gibt einen Trick, wo du fliegen kannst. Wie? Du brauchst diese Iron Man Kräfte, wo du so schweben kannst. Und dieses Ding, wo du auf den Boden wirst und du springst dann so. Nicht die Granaten, sondern dieses Kissen da. Ich weiß. Ja genau. Und wenn du die zwei benutzt, ich kann dir mal zeigen, die Iron Man Kräfte kriegt alles ab. Also du fliegst nicht unendlich, aber du kannst voll weit über die halbe Map fliegen. Dankeschön. Ich hatte gerade in der zweiten Runde, in der ersten Runde dieses Jump Pad Dings und Iron Man Ketten. Hattest du dieses Kissen? Ja. Sorry. Ja, aber da hast du nicht gebraucht. Hier hättest du's brauchen können. Ja, wirklich. Da kannst du einfach easy zum Beispiel... Spitzschatten? Ja, mach doch bereit. Ja. Du kannst zum Beispiel von, was weiß ich, von Misty Willows bis zu Iron Man Space fliegen, Alter. Das ist voll krank, Alter. Ja, guck mal. Ich war schon... Nee, aber... Falls du schaffst, die Iron Man Kräfte zu bekommen und diese Luftkissen, zeig ich dir. Aha. Ja, ich schaffst. Ich schaffst. Ich schaffst. Ich schaffst. Würdest du kurz oder was? Ich geh kurz. Ich würde aufs Klo kurz gehen. Was? Aufs Klo muss ich kurz. Ja, dann geh kurz zum Ding. Okay. Aber Runde starten, Alter. Ich geh nicht. Mach kurz. Ja. Ja, meine lieben Freunde. Bis sie wieder da ist, unterhalt sich kurz. Was geht, was geht, was geht. Halt meine Maul. Göttliche Lama. Lama war. Lama. Wie sieht. Pharao ist im Tarnmodus. Müsst ihr mit meiner Stimme klarkommen. Die Runde hat begonnen. Die Lama ist immer noch nicht da. Also wenn es so weiter geht, sieht es sehr schlackbar aus. Die tanzt einfach so gut nach. Alles klar, Digga. Ja, Arne, was geht bei dir? Keine Ahnung, ob du noch dran bist, zuschaut. Aber was geht bei dir, Schraber? Teil die Lama. Schnell, Runde ist zu Ende. Mein Scherz. Was? Ich glaube, ich glaube, bei dir. Aha. Okay, warte. Ich bleibe hier. Ah. Pff. Ich glaube, ich hatte so gut, dass ich zu Dr. Doom gegangen bin, weil ich hatte so Glück, dass der so gestorben ist, der Typ da vorne. Sack, die Bim-Bompen. Hä? Da landen nur zwei. Digga die schreie ich ja komplett los. Es sind doch vier. War nur ein Scherz. War nur ein Scherz. Du musst schnell. Es ist kein Kampflabor, okay? Ich lande immer hier in Kampflabor. Es ist kein Kampflabor, du kannst ihn nicht so schnell killen. So wie du denkst. Die Lava beruhigt dich. Ich kriege alles in Panik. War das gut, die Lava? Es ist nichts zu verlieren. Es ist gar nichts zu verlieren. Die Lava kommt. Die Lava. Mach doch! Dankeschön. Abzudankt er den... Es ist nichts zu verlieren. Scheiß drauf. Schmalen, schmalen. Scheiß drauf. Ich seh! Komm her, was wir bekommen haben. Ich seh, komm her, was wir bekommen haben. Ich seh! Idiot. Ich seh! Ich seh! Ich seh! Wir haben Doktor Dooms Sessel-Dings bekommen! Was? Doktor Dooms! Oh mein Goooood! Müsst du nach der Runde einmal? Was? Müsst du mal in der Runde nach der Runde? Äh, was schreibt er? Ich seh! Ich seh! Ich seh! Ich seh! Alle Arme, alle! Schnibbel weiter los! Hä? Baby Bentley ist am Start, liebe Gäste. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bisschen, zeig mir schnell wie das geht! Ja, nein! Was? Ich mein diese Kissen! Hab ich doch! Nein! Wo? Da! Die Kissen! Welche Kissen? Kissen! Luftkissen! Die schmeißt du auf den Boden und dann kannst du hoch springen. Luftkissen? Ja! Ah, die! Wieder auf den Tresor lang? Ja, ja, warte, ich muss kommen. Ja, ja, warte, ich geh. Wallah, wie der Boden ist. Wo mein Moske, Moske? Ja, komm hier rein, wo rein? Hey, komm, bisschen gucken! Es ist der Bus! Es ist der Froh! Ah, okay, ich zeig's dir nicht! Bitte! Gib her! Ich hab keinen Jump, ich hab nicht diese Binger. Ja! Warum gehst du nicht zum Tresor, wenn du die Karte hast? Sind da noch Gegner? Nee, ich weiß nicht! Ich glöpfe mal ein! So! Gehst du für mich kurz Tresor, du kannst bisschen besser! Mann, hier, du läufst mich weiter! Ja! Du bist doch behindert! Die Schisch! Die Schisch betrug! Schnell, geh doch rein! Ich hab noch nie die Tresor von dir ausgeraubt! Ich hab schon! Ich hab noch nie! Oh, nimm die Pump mit! Ich hab noch diese Pump! Die Spast! Okay! Oh, Medkit! Medkit! Nimm das Medkit mit! Und nimm die Medkit mit! Ah, okay! Ja, ich merk das! Ich merk das! Hier ist aber kein Luftkissen! Da ist einer! Egal, egal, mach einfach! Ich finde noch ein Luftkissen! Geh! Warte! Geh du ein bisschen weiter weg! Dann übernehme ich! Ja! Der ist von Vollgeld! Warte mal! Da ist er! Das ist ein Botz, Alter! Ich schwöre! Botz ist da! Du brauchst halt diese Luftkissen und dann landest du so drauf! Und dann fliegst du bis nach Afrika, Alter! Bis nach Amerika? Ah, ja! Ah, okay! Ungefähr! 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 Ah, Stadys! Die schießen rüber! Wahrscheinlich wurden die gehackt von einem Gegner und so weiter! Äh, Walsch, Walsch! Alter, gib doch Luftkissen! Wo diese Kissen? Da ist ein Gegner! Warte, läuft er nicht hin, läuft er nicht hin! Wo ist ein Gegner? Da vorne! Läuft er nicht hin ungefähr! Äh, wo? Daaa! Bei diesem Schiffgepäck! Ich will was spielen! Warte! Das ich spiel! Guck's! Oh, die du ruhig noch mal wieder! Sobald du Kissen findest, sagt mir Bescheid, wenn du es überlebst! Mit Denkschaften! Ich bezweifle! Aber versuch! Warum beim Tresor kriegen wir gar nicht hin? Warte, den Hauptschiff! Aber jetzt waren nur zwei Leute gelandet! Aber jetzt bei Wolverine, weißt du wie viele Leute da sind? Wolverine ist gerade neu schütet! Warte mal! Dr. Loom läuft gerade gar nichts ab! So kannst du alle bei dir behalten? Ja! Fast alle! Jetzt hier! Boah! Maschallah! Ich schwöre nach der Runde mit Dr. Loom! Komm kurz beim Haus nach! Das ist eine Ruhe! Komm, gib die Kissen her! Nein, warte! Keine Kissen! Keine Kissen! Keine Kissen! Keine Kissen! Aber das ist gut, oder? Okay, ja, wie gesagt, sobald du Kissen findest, sagt Bescheid! Ja, dann setz lieber die Kopfhörer nicht auf, weil du... Dr. Loom! Vielleicht ist Pepper Dr. Loom! Ja, aber du musst in die Zone! それ ist echt le recht! Oh ja, vie sich承'n toll! Ich habe Medeke! Ich habe Medeke! Ich habe Medeke! Ich habe Medeke, ich habe Medeke! 10. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 11. 15. 16. 16. Ich seh der Trosor wurde noch nicht ausgeraumt! Ja du musst ohne, du stirbst wieder! Ich hab nen Fede. Achso. Ich hab zwei Mets, drei Mets, zwei Mets. Was ist das? Iron Man, Dr. Doom, juckt keinen mehr, weil die sind alle mit Wolverine beschäftigt. Okay. Super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Bisschen? Bisschen? Ratsch! Er kommt als schlechte Gegner oder als schlechte Gegner bei der Gute? Aber besser als wir! Ich hab nichts gesagt! Ich hab's auf Stream! Ich hasse er! Die Lidl lohnt sich! Wir kaufen Speck mit Honig! Wir machen Insta-Fotos und sind im Lidl-Modus! Die Lidl lohnt sich! Wir kaufen Speck mit Honig! Wir machen Insta-Fotos! Äh, das habt ihr nicht gesehen? Mim! Mim! Kusch! Oh mein Gott, du Loser! 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 Wobei ich jetzt findest, wie das bitte! Wie das? Wie das?! Ist es egal mit welcher Iron Man Superkraft? Mit Fliegen oder muss es genau eine Superkraft von Iron Man sein? Die muss mit diesem Jump... Es muss dieses Fliegeding sein. Ah, ok. Warum macht man so viele? Like this. Wuuuuh! Tix, tix, smiddle, tix, tix, tix. Like this. Like this. Wuuuuh. Pass mal mit. Was? Wollt ihr mich... Ich habe nicht kommen sehen. Hey, warum kann ich nicht anfangen? Hä? Kann man das nicht mal, Arena? Ja? Ja? J puede... Oh, es hat sich… Jochen, ich habe keinen Problem! Amen. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich weiß nicht, warum jemand immer brauche ich, aber ich mache jetzt sowas. Ich spiele Solo. Aber was solltest du machen, guck doch. Ich wollte, wenn jemand da draußen auch Fortnite hatte, ob ich, manche machen das ja, dass man in den Solo reingeht und die, die auch mitspielen kann. Immer, wie man sagt, immer, dann geht es in die Zollte und dann kommen alle nach so. Dann machen wir so wie, da ist das. Weißt du, wir haben die großen Mitspieler, ne? Wie soll das sonst gehen? Ja, deswegen frage ich gerade, wie keiner ist Fortnite. Oh, ich weiß nicht sonst, was ich spielen soll. Ich mache ein Parcours, ich weiß was, ich weiß jetzt mal. Oh mein Gott. Ich katt's nicht facken. Nicht schweak ich gerade Angst. Was? Es sieht so aus, dass du die Internet am kacken hast. Nope! Nope! Seeky Jett! Seeky Jett! I'm a fucking girl, being a big a-jopping girl, of a-sins a fucking girl, don't stop the chocolate! I'm a fucking girl, I'm a fucking girl, being a big a-jopping girl, obviously a fucking girl, don't stop the chocolate! I'm gonna go to games then. Nope! Nope! What did you do this? Zombie- Ich bin zum Rosenvier, bau mir eine eigene- Ich bin zum Rosenvier, bau mir eine eigene Welt! Was?! Das muss ich auch... Ey, der macht das, der macht das, der macht das... Ich probier mal alle Games aus, denn ich hab ja auch... Ich bin schon... ...Ka-joo! Zwei Cent gespendet! Es sind alle andere Leute da, ich spiel euch mal zu... Diese war mein Lieblingsgeberge... ...und Spatz... ...aber... ...und so... ...ja, wir gehen... Ah... Ah... ...und so... ...und so... ...und so... ...und so... Ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was das ist, was das ist, was das ist, was das ist. Ich wusste nicht, was das ist, was das ist. Ich bin schon groß und wir bauen mein eigenes Ding. Ich bin schon groß und wir bauen meine eigene Welt. Mir ist so langweilig, ich habe keine Lust. Was ist? Nein, du hast. Ich will keine normalen Kreuz riefen und ich mache Minispiele. Was nicht so langweilig ist, aber... Was? Ich habe es nicht gelesen. Oh, bitte auf! You got it! Okay! Schmegebegeet! Okay. So now... Das war's. 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 rate- Arschloch. Grazie für498. Es war's. 10 Minuten machen. Oh, mein Gott! Ah, fuck! Ja, wenn man den ganzen Tag nur umsetzt, will ich... Ja, Schule auch, vor Computer, Büroarbeit, ist das? Ja, wir haben da voll so Büro-Stüge, Alter, die jetzt halt nicht stehen. Sind die weich? Ziemlich gequem, aber auf Dauer wird es irgendwie... Wenn die ganze Zeit sitzt und dann irgendwann aufsteht... Ja, das Problem ist, die wissen nicht, wir sitzen ganz im Unterricht, aber das ist ja auch nicht gut für die Wirbels, das ist eigentlich nicht gut. Man muss schon, wenn man fünf, sechs Stunden Schule hat, schon mal aufstehen, bisschen auf. Sport hilft ja nicht so arg. Am meisten bei mir nicht, ich schwör's dir. Ich schwör's dir, Dehnübungen bis zum Grau. Ich will mir so... Es tut so weh! Aber warum ist das zuerst? Wie ihr immer seht, wenigstens meine Hand. So, jetzt bekommen wir eine Million Zuschauer. Wenn's wirklich so ist, dann anslipp ich euch. Ich will nicht diese! Ich will nicht diese! Ich will nicht diese! Ich will einen Parcours versuchen, einen geilen Parcours, nicht wie letztes Mal, wie du kennst welche Parcours ich war da. Später! Ich mach die geilsten Gekoterechen ein bisschen. Ja! Ich heiße dich! Du hast nur noch fünf Minuten! Da brauchst du! Äh, Gülda Maria Rol! Hätte ich hier! Bester Start! In den Tapper! Ich kann's nicht mehr aussprechen, weißt du! Weil ich nicht so behindert bin! Ah, dieser Raffaello! Er heißt Raffaello? Naja, ich hab ihn Raffaello getauft! Was? Ey, ich dachte, du magst ihn! Ich mag ihn auch nicht! Trotzdem, ich hab ihn Raffaello getauft! Ey, wie warst du bei ihm? Nee! Warst du nach der Schule bei ihm? Nee! Wie warst du nach der Schule bei ihm? Wenn ich da hingehe, dann würde ich neben dem Stäbel kommen wie Aids, Krebs und Ebola! Ohne Corona! Ja, wie hast du ihn dann getauft? Diss Track! EP! Ich nenn doch alle Lockenköp für die ganze Zeit Raffaello! Tagst du! Nee! Soll das auch nicht! Jaaaa! Äh, hab ich hier was verpasst? Jetzt im Ernst, hab ich was verpasst? Ja, du hast sehr viel verpasst! Ja, danke, dass ich es mir nicht gesagt hab! Dass ich sehr viel verpasst hab! In 5 Minuten, 26 Sekunden! Ey! Da! Hier! Erstmal eine gute Studierung ist immer gut! Studierung! Kennst du keine Studierung? Okay, dann bist du komplett los, Team! Ich brauche... Ich brauche... Dann brauche ich das hier! Dann brauche ich... Ich brauche dann auf jeden Fall noch eine Wand und dann auf jeden Fall sowas. Was soll ich noch nehmen? Was soll ich noch nehmen? Für den Parkour, ich habe jetzt die Sachen genommen. Soll ich noch irgendwas nehmen? Ich habe jetzt die Sachen da unten genommen. Ich nehme das dann an. Die Lidl und singt! Warte, ich muss komplett anders machen, oder? Wir sind in einer kleinen... Wir starten in einer kleinen Map. Wir sind in einer kleinen Map. Du hast gesagt 10 Minuten noch. Ja. Ja, eine Minute noch. Ja, okay. Ich mache einfach nichts mehr. Ja! Ja! Warte, es ist so... Eine Minute! Ja, es ist 18.10. Guck mal, wie schnell ich bin. Ja, woher ist es noch niemand? Oh! Hast du es gesehen? 10! Das war's dann für bis jetzt. Äh, jetzt gehen wir 5 Minuten Pause und dann geht's weiter weiter mit Fortnite. Nicht bisschen. Das ist Pharao, meine ich. Pharao 04. Was geht in meinem Leben, Leute? Jetzt geht's weiter. Ähm, ja. Ich bin erst dran. Wir zocken jetzt die restliche Zeit. Jetzt zock ich noch Fortnite auf jeden Fall. Ich bin kurz versorgt. Checking mal checken. Alles klar, Bruder. Fast wäre schiefgegangen. Läuft alles? Ja, es läuft alles. Heidemach. Schön gemacht. Lama, lama. Sehr schön, sehr schön. Aber nicht alles angeklappt. Steht ihr so an? Äh. Fuck. Äh. Fuck. Äh. Ja. 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 Moin. Ja. Moin. Moin. Ja. Moin. Ja. Moin. Fuck. Unophil. Das tut gut aus. So, Doktorum ist jetzt am Start, oder? Doktorum ist da, oder? Doktorum ist da, oder? Wir holen jetzt Epi, Epi, Epi. Warte, ich mach die Scheiß, Mann. Ja, das sieht die Hände raus. Danke dir, Digga. Jo. Wo du es da, oder? Wo du es da, oder? Du oh. Das ist ja, oder? Das ist ja, oder? Wie du es da? Du hast gerade gesagt, Du hast gerade gesagt, Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, Das ist meine, Truh, das kannst du vergessen. Du musst die Mission machen. Fuck. Mach kein Auge, Bruder. Der einen, die schon nie lief, hat misslich eiskalt. Nächste, äh, nächste Aufgabe. Wo diese? Ja, ich muss immer wieder rausgehen, um diese Mission zu machen. Wie in die Masse rein, wie in den Rassen. Alter, bester Mann, Alter. Du? Boom. Ah, da bist du ja, Digga. Tut mir leid, aber ich bin der echt nicht. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, Digga, aber... Okay. Kannst du mal kurz stehen bleiben, Digga. Das wäre sehr nett. Fuck. Fuck. Ich bin Dr. Doom. Die Identität wurde entfüllt. Ich muss mich bloß verkleiden gehen, weil sonst... Fuck, Alter. Wir rauben jetzt auf ganz easy, beasy, beasy, cheesy, Fraser aus. Nicht Korean. Ha, ich habe euch getrennt. Oh, da kommt schon der erste Schabrack, ey. Wie, du kommst hier, ich kiel dich halt ab. Papa. 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 Jetzt muss ich erst mal gucken, hier. Also das ist nicht mein Handy von mir mit dem Tisch, wo ich meine Handy von mir mitnehme. Also sonst gibt es hier nur Scheiße, oder was? Wirklich. Danke dir, Digga. Nö. Äh, wo war der Wiggy? Da war der Wiggy. Gut, ist aufgemacht, ist aufgemacht. Was, Opa, Opa. So, wir sind komplett aufgerüstet mit seinem Pfarrer. Mama, mach's gerade Pizza. Ja! Aber ich habe mal Pizza, dieser Pizza-Ding. War die Einkaufen, oder was? Alles klar, Digga. Kannst du dir sicherlich denken, Doktor hat um kurz Flickflack gemacht. Ich habe mich schon aufgemacht, gell? Ja, weißt du. Du Bastard. Bin ich jetzt sterben? Du Hurensohn. Los hin. Juckt mir nicht. Tschüss. Du hast mein Leben genommen. Egal, dann kann ich die nächste Mission machen. Tschüss, Kimmer. Oh ja, die ist das Jump-Ding. Ich weiß nicht, ob es mit den Doktor-Doom-Kräften auch geht, aber ich glaube, das geht nur mit den Iron-Man-Kräften. Aber bei dem Doktor-Doom kann man auch schon fliegen. Ja, aber du musst halt so schweben, weißt du? Bei dem kann man doch... Bei Doktor-Doom kannst du nur fliegen und dann wieder runter. Okay, was... Oh mein Gott, ich will diesen Thron. Ja, die kommen als nächstes, juckt mich aber nicht. Ich will diesen Thron. Phase 2 von 3 besuche als Doktor-Doom einen riesen... einen riesigen Thron. Ist ein Thron im Haus? Nein, das ist dort. Hä? Wo ist da bitteschön ein Thron, alter? Ich kann Rops nehmen, oder was? Ey, sag mal. Hä? Ich guck einfach mal. Ich muss kommentieren, ich brauche T-Shirts. Ja! Ich brauche T-Shirts. Gewinnspiel. Ja, aber du brauchst doch kein T-Shirt. Doch, ich brauche ein T-Shirt. Du hast schon ein T-Shirt. Ne, habe ich nicht. Ich hole mir noch einen. Nein. Warte, was kann ich kommentieren, nigga. Kannst du nicht. Du hast keine Beweise, sei leise. Ich kann es mir Papa sagen. Für jemand anders, Mann. Ich bin Sigi Jackson. Ja, für Luca, den alten Koks. Dochter. Was für Zoom, alter, du Bastard. Dochter, du. Vergesst es, Alter. Ich wollte kurz eine Punchline raushauen, Alter. In der kurzen Zeit, aber ich bin den Tag voll unter Stress. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Abend. Ah, nein, ich habe schon einen Moin, Servus, Moin. Ich bin in der Zeit auf. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Hier soll ein Thron sein. Da. Siehst du, die schwarze Pünke? Da soll ein Thron sein, Alter. Der ist ein Thron, ist er fest. Was soll der Alter? Was für Thron? Ein riesen Thron, Alter. Riesiger als uns Menschen. Erstmal hinfliegen. Ich dachte, sein Thron dabei, Dooms Domain. Bei seinem Haustür. Oh, habe ich auch gedacht. Nur da habe ich einen Thron gesehen. Weiß wirklich was. Das ist doch kein Thron, das redet ihr so riesig auf. Und was macht es dort? Warte mal, da ist wirklich... Sind das Bäume? Da ist... Hä? Nein, der andere Seite. Nein, das ist was anderes. Hier, meint der. Doch das ist ein Thron, Riesenthron. Das sieht aus wie ein Thron. Ach, du heilige Kackdampf. Ja, das ist es. Und hier sind zwei Thron als Geschenk. Danke, Liga. So, das ist jetzt mein Thron. Hast du keinen... Aber du kriegst noch nicht diese... Thron. Aber jetzt bin ich am Arsch der Welt gelandet, Alter. Hier raus mache ich die letzte Mission und das jetzt wird eine gescheite Runde. Das ist zeitverzögert. Es gibt Pizza. Pizza für jeden. Aber du musst nicht essen. Bis dahin bin ich fertig, Alter. So, nächste Mission. Fahre sie gleich. Sätze als Dr. Doom während eines Epi... Er muss jetzt den Epischen Sieg holen. Diesen Emote kriegst du nur, wenn du einen Win holst. Da hätte ich jetzt einen Win geholt. Bringt nix. Da hatten wir den doch noch nicht. Oh, stimmt. Jetzt muss ich einen Epischen Win holen. Ab jetzt gilt es. Und wer... Also, ich muss einen Epischen Win holen. Und bevor es stoppt, muss ich einen Emote einsetzen. Wahrscheinlich, wenn ich gewonnen habe, wird es anzeigen. Diesen Thron. Das meinte ich nicht, aber okay. Nicht dein Ernst, Alter. Jetzt, okay. Volle Konzentration. Ruhe. Ja. Mach's mal. Das kann jetzt dauern. Das ist das letzte Mal, wo ich einen Epik geholt habe, Alter. Vergiss es. Mal 55, ja. Fuck, Alter. Wie soll ich jetzt einen Epik holen? Sick, Alter. Sick, Alter. Er kann gar nicht im Emote. Ich brauche... Ich auch, Alter. Ich brauche auf jeden Fall sehr viel Heilung. Ja. Und ich brauche auch Mad Kid. Mad Kid und Biggies. Und die letzten zwei Slots beim Pamponschuhl. Schnellschuss-Waffe. Und ich weiß schon, wo ich lande. Ich werde es versuchen. Doch, es ist am einfachsten, zum Trisor zu kommen. Ja, ich gehe Wolverine. Du nimmst die Pamponschuhl und bei den Trisoren, diese Gegner, die haben diese lila Waffen. Die sind gut. Ich versuch's jetzt. Ich muss... Also, wenn ich jetzt verkackt, ist es nicht so schlimm. Ich muss halt irgendwie einen Win holen und dann diesen Emote machen. Dann habe ich... Er stellt euch mal... Dream Battle, er macht Nebel. Ja. Gleich wieder Stream an. Nein, Leute, ich habe geholt. Fuck, Alter. Okay, das ist mir gut, Digga. Aber hilf mir, wenn du Gegner irgendwas siehst, weil... Das wäre jetzt geil, Leute. Ich glaube, wir haben im Stream lang keinen Win mehr geholt. Wer hätte vorhin einen Win geholt? Das juckt jetzt keinen. Jetzt ist jetzt. Jetzt go, Digga. Das kann was werden. Kannst du ein bisschen lauter machen? Auf einmal 50 Leute landen. Ich mach ein bisschen lauter, damit ich Sachen nicht besser machen. Aber auf einmal landen, na 50 Leute. Reicht. Bisschen leiser. Mach auf 25. Aber da kommt's. Okay, ja, weiter hoch. Ja, okay. Es reicht dir, Team 20. Okay, das muss jetzt alles sehr schnell gehen. Okay, die kommt. Ein, zwei, hinter mir auch noch ein Shop-Rot. Ich komm gleich, okay? Das ist mein Haus, du Trottel. Ich hasse mich, Alter. Du bist der größte Punkt, wo man sich hinter mir geht. Ich habe nicht gesagt. Steh, okay. Nee. Ah, mal durch. Oh, oh. Ja, Mann. Ja, von wo habt ihr die Spaß zwölf, Alter? Von wo? Du, du, Kinese. Das kann ja was werden, Alter. Man hat einfach, ich habe einfach nie Glück, Alter. Das kannst du einfach knicken, die in Oregano-Läber, Alter. Du bist gestorben. Ich lande, lauf aus dem Haus raus. Was passiert? Ich warte zu einer mit Spaß zwölf im Lieder. Was geht? Tschüss. Ein Schuss weg. Ich schwöre, warum immer, wenn ich weg bin, passen sie so geile Sachen. Denkst du euch, das ist geil? Ach, ja, okay. Sehe ich so aus, als würde ich lachen? Ja. Nee. Warum hast du deinen Katzen da? Ich muss Hausis machen. Nicht dein Ernst, dann mach es bitte draußen. Da, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, dann kannst du trinken. Ich lande wieder da. Jetzt wird's. Du bist einfach komplett am Rand, aber okay. Dr. Doom, come back to house, Morfagas. Jetzt, jetzt win. Das ist der Win. Okay, jetzt volle Konzentration, Jungs. Leute, Mädels, Opas, Omas. Ja, bestimmt Opas kurz. Ja, mein lieber. Opas, okay. Eigentlich war hier jemand mit Ruhe, aber okay. Ah! Bruder, nein! Bruder, verpiss dich! Ich bin dein Boss. Ich bin ein Haffe. Geh mir doch ne Waffe, Anna! Ich bin voll ne Wannewaffe. Ja, diese winzige Scheiße da. Ich brauch doch das Gummata. Ich dachte, du wirst an den Spar. Ja. Was soll ich damit anfangen, Alter? Was soll ich damit anfangen, Alter? Ich muss Dr. Doom king. Wenn ihr nicht immer schon nicht hier seid. Der kommt manchmal beim Trisor da. Ja, der ist auch immer beim Trisor. Ich sag mal, ist schon mal, Alter. Wirst du? Fast immer, wenn ich hier lande, ist er beim Trisor, Alter. Bei mir nicht. Nicht immer. Schauen wir mal an. Nein, ich kann nicht immer. Das ist so wie zerschneidend. Alter, als ob das Ding nicht von dort analysiert. Ich muss sie doch bei mir. Ja. Da ist er nicht mehr. Lass ihn doch! Warum tatsch ich? Er auch. Ist er auch? Ja. Aber wieder vorbei. Das ist das. Du bastard. Ich muss mich jetzt gar nicht mehr. Da ist er. Ja. Ha. Du bastard. Du bastard. Du bist du? Oh Mensch, ich kann noch nicht zu retten. Es ist Pfei in den Bleden. F*** Alter Verzweiflung Ich mache alles nüchtern, heilige Scheiße. Jo, jetzt erkennt man schon viel mehr. Autsch! Zu wild. Warum haben wir den Scheiß nicht gedächtet? Also seid alle ganz schön leise, sonst ich euch Phoebe schön. Jo, yo, ja, ja. Juh, Juh, Juh. Das ist mein Schiff, Alter. Mein Schiff. Das ist 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 mein Schiff. Der ist mein Schiff. Das 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 ist mein Schiff. Du bist so gut. Das ist mein Schiff. 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 Mit der Pistole gekillt, Alter. Oh, der hat einen Sniper für mich, danke. Ich hoffe, es sind die Noobs in der Lobby, Alter, bitte. Oh, der hat einen Sniper für mich. Oh, der hat einen Sniper für mich. Oh, blauer Auge, schon viel besser. Jetzt noch Lila und dann wieder Winnie's da. Gold wäre nicht schlecht. Was? Back in the game, Alter. Oh, die Scheiße. Alter, Rückkind am Arsch. Akku ist wieder full. Akku ist wieder full. Jetzt können wir wieder concentraten. Schön so sitzen, Alter. Genau so. Lamborghini. Was? Ich habe eine mystische Truhe gehört. Nein, keine. Das waren nur die Freerdings. Aber über mir ist noch nicht gut. Oh, ich habe die Softpacks vergessen. Egal. Ein Biggie mehr wert als zwei Softpacks. Ja, siehst du, siehst du, jetzt sind wir back in game. Nur noch gute Pump und dann wasch dich auf. Hier ist einfach keiner, aber okay. Ich habe die Luft. Ich habe die Luft. Ich habe die Luft. Das gefällt dir. Ja. Da haben wir den nächsten Wiggen. Ja. Diagnose. Ja. Ja. effectively, nein. Ich habe die Luft ges fondo. Ja. Uniliber auch dabei. Nee. Ja. 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 Verpisst dich, Alter. Das war meine Trug. Das war meine Trug. Das war meine Trug. Fuck. Das war ... Ah, fuck. Ich glaube, ich wurde gegönnt. Der nächste ist dahinten. Ähm ... Da ist jemand ... Da ist jemand ... Das war ... 22 Jahre nach ... Ja, ich hoffe, es ist noch da. Der gehört mir, ich konnte ja alle vergessen, Alter. Wie ich will sehen.